Die Autopanne – drängende Not am Straßenrand Ihr großes Geschäft verrichtet sie bevorzugt zu Hause. So hält sie es auch nach dem Übernachten bei einer Freundin zurück, mit der Folge, dass es auf der Heimfahrt heftig im Darm drängt. Wie das Schicksal es will, streikt ausgerechnet dann der Motor ihres alten Autos. In dieser Not kommt ihr anfangs sogar der freundliche Helfer ungelegen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr